Ich meine, warum einen großen Puffer haben, wenn er so wenig Strom verbraucht? Ich denke mal, das ist einfach Draconic Evolution, ne? Die schmeißen gerne mit großen Zahlen um sich und, ähm, ja. Das ist eigentlich der Grund, die schmeißen gerne mit großen Zahlen um sich. Die benutzen gerne große Zahlen. So, bam. Okay, jetzt sehen wir zum ersten Mal die richtige Zahl, was das Ding zieht. 716. Okay, und ich bin der Meinung, wir erzeugen 500. Also sind wir 200 im Minus. Wir kommen trotzdem definitiv mit 2 hin. Mit 2 Solar Arrays. Und damit bin ich glücklich. Das werden wir gleich bauen. Ähm, das dürfte eigentlich nicht allzu lange dauern. So, gucken wir mal. Ähm, erstmal gehen wir hier rein. Ja, ich hab's sogar noch. Okay. Also. Solar Panel. Gucken wir doch mal. Wollen wir mal herstellen. Also. 4 Lapis Blocks. Und. 4. Blocks of Gold. Was? Was ist denn jetzt los? Haben wir kein Gold mehr? Das überrascht mich jetzt tatsächlich. Ähm. Damit hab ich nicht gerechnet. Wow. Wir haben kein, wir haben kein Gold mehr. Hui. Damit hab ich wirklich nicht gerechnet. Ich dachte, wir haben genug Gold. Aber Gold war tatsächlich ein bisschen rarer. Das mussten wir erstmal suchen. Oder das musste ich erstmal suchen. Das war nicht so leicht zu finden. Das war recht selten. Okay. Okay. Herstellen. Dachte ich jetzt, dass man das irgendwie vielleicht... Keine Ahnung. Ihr wisst schon, dass irgendwas anderem herstellen kann oder so. Könnte ja sein. Industrial Centrifuge, wenn wir ein Golden Apple haben. Haben wir aber auch nicht. Kann ich mir jedenfalls nicht vorstellen, dass wir das haben. Ansonsten nur das übliche Zeug schmelzen. Es könnte... Irgendwie bin ich der Meinung... Gold Shield. Ich bin der Meinung, man müsste das irgendwie so alchemie-mäßig aus irgendwelchen anderen Sachen herstellen können. Ich weiß nicht, warum ich das denke. Mana-Infused Ore haben wir natürlich auch nicht. Wir haben auch keine Horse Armor oder irgendetwas in der Richtung. Copper Ore. In einem Induction Smell. Also 100% Gold Chunks. Merkbar. Aus jedem einzelnen Copper Ore. Pyro Concentrator. Vielleicht ist ein Pyro-Film wie merkwürdig. Was ist das denn für eine komische Maschine? Habe ich da noch nie gesehen. Okay, Compactor. Mob Drops. Dungeon Chests. Mhm. Alles ganz nett. Alloy Smelter. Ja. Alka History Tome Crafting. Das ist natürlich eine schöne Sache. Ähm. Man muss nur diesen Tome of Alka History bauen. Der irgendwie alle Mob Drops braucht, die es gibt. Was gar nicht so schwer ist, bin ich der Meinung. Eye of the Storm ist von einem... Von einem, äh... When Powered. Oh, okay. Killed by a Player, when Powered. Catalyzing Gland, killed by a Player. Aber, aber ich bin der Meinung, so was hatten wir schon in unserem Mob Drop drin. Also das ist ganz cool. Tome of Alka History muss man mit Glowstone oder Redstone, äh, auffüllen. Und dann kann man das, kann man damit Gold verdoppeln. Das ist interessant. Aber für uns gerade, meiner Meinung nach, nicht wirklich, äh, praktikabel. Also hier können wir nochmal drei Ingots herstellen. Das ist natürlich nicht genug. Und wir haben auch tatsächlich kein weiteres Gold Ingot. Äh, Gold Ore. Okay. Das ist interessant. Dann können wir eigentlich nur hoffen, dass hier unser, unser Mining Laser, Mining Drill, Gold findet. Hat er auch gefunden. Cinnabar Ore aus Tech Reborn. Achso, da bekommen wir natürlich auch die Nether Ores. Das, äh, dürfen wir hierbei nicht vergessen. Das kann auch passieren. Ja, da bin ich jetzt, äh, finde ich jetzt ein bisschen doof, dass wir hier jetzt tatsächlich nicht genug Strom erzeugen. Ja gut, das, das bedeutet eigentlich für mich nur, wir müssen ein bisschen, äh, auf Mining Exkurs gehen und noch ein bisschen Gold suchen. Und wenn wir dieses Gold haben, dann können wir den Mining Laser, äh, praktisch unbegrenzt betreiben. Und, ähm, das bedeutet dann wiederum mehr Strom für uns. Da haben wir nochmal zwei Obsidian. Sehr schön. Ich hatte doch irgendwo Basalsrots. Genau. Die wollen wir mal noch verarbeiten. Da können wir noch ein bisschen Tectonic Petroleum herstellen. Wunderbar. Oh, guckt euch an, wie viel. Wie schön. Wunderbar. Guckt euch, was für eine wunderschöne Ansicht. Das ist toll. Sulfur, Cinnabar. Also alles nichts, was wir wirklich im Furnace haben wollen. Der ist damit fertig. Wollen wir alles raus. So. Und dann, äh, wenn wir das mal gucken. Machen wir so. Und dann tun wir das alles rein. Und dann gucken wir mal. 28. Und was uns jetzt tatsächlich fehlt, ist Pulverized Obsidian. Wie viel Basalzpowder haben wir denn noch? Neun. Donnerwetter. Und Obsidian? Gar nichts mehr. Gut. Dann tun wir das hier in den Pulverizer. Und dann haben wir hier ziemlich viel Petroleum Dust. Denn wenn wir das schmelzen, wir bekommen 4, bekommen wir 1 Bucket. Ähm, 28 durch 4 geht es auf. Ja. 7, nicht wahr? Genau. Dann bekommen wir 7 Buckets raus. Das heißt, damit kann ich 70 Ohrs verarbeiten. Nur mit dem, was ich jetzt schon habe. Und da bekommen wir ja noch mehr. Sehr gut. Das ist fantastisch. So, und zack. Cool. 48 Petroleum Dust. Da bekommen wir 408, äh, ich meine, ähm, warum habe ich das eben durch 7 geteilt? Äh, ich weiß nicht. Habe ich das eben durch 7? Ne, ich habe es durch 4 geteilt. Und da kam 7 raus. Also 4, äh, 48, 480, 48 durch 4. So. Das sind erst einmal 12. Da bekommen wir 120 Buckets raus. Was? Ach, keine Ahnung. Kann ich damit 1200 Ohrs verarbeiten? Das wäre ja albern. Moment. Wir, wir können das... Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Also ein Viertel davon. Ein Viertel davon sind 12. Ähm, das heißt, wir bekommen 12 Buckets raus. Und ich brauche ja nur ein Zehntel. Ich kann 120 Ohrs verarbeiten damit. Das ist doch großartig. Super. Und da haben wir schon, äh, nochmal 17 Ohrs drin. Okay. Dann sagen wir dem jetzt einfach mal Auto-Input activated. So. Macht es mal. Auto-Input aktiviert. Großartig. Und dann gucken wir mal, was wir da an Mob-Loot haben. Aber erstmal machen wir nochmal unser Inventar leer. Ich werde jetzt einfach mal alle Ohrs hier reintun. Wir können ja... Opa, jetzt habe ich unseren Crescent Hammer weggepackt. Der ist eigentlich immer ganz hilfreich. Wir können ja durchaus, ähm, hier einfach Ohr eingeben. So. Und dann kann man alles in den... In unsere Maschinen reintun, um das aufzuschmelzen. Wir haben auch relativ viel Resonating Ohr. Aber, ähm, das will ich jetzt tatsächlich nicht mehr machen. Ich glaube, das ist nicht mehr nötig. Minus 200. Okay. Gut. Das ist natürlich recht viel. Ein Minus, aber ist in Ordnung. Was? Salpeter Ohr. Auch schön. Was ist denn eine Lonster Lake Chart? Für Lonster Lake. Witherproof. Only players can break. Okay. Das ist einfach nur... Wie seltsam. Witherproof. Okay. Und bekommt man tatsächlich nur aus einem Void Ohr, meiner. Aber wofür soll ich das brauchen? Salpeter ist schön. Da haben wir noch mal Gold. Das nehmen wir uns gleich so raus. Und dann gucken wir mal noch mal hier... Moment. Wo ist die Experience Rod? So. Das will ich jetzt... Eigentlich will ich mich hier vollpumpen mit Leveln. Ist nicht wirklich sinnvoll, glaube ich. Weil wir meiner Meinung nach die Level nicht brauchen. Aber ich kann es. Also mache ich es. So. Experience Rod. Okay. Dann wollen wir erst mal hier dem noch mal Gold Ohr reingeben. So. Wow. Aber wie viel Shit. Wie viel Shit der hat. So. Da bekommen wir jetzt noch mal sechs Gold Ingots raus. Das ist doch auch schön. Nicht wahr? Ah. Der hat kein Auto Input. Gut. So. Und jetzt machen wir Auto Input Enabled. Erstmal mit Gold füttern. Und dann darfst du Auto Input haben. Aber vorher nicht. Eine einzige Melo... Nein. Drei. Drei Melo Berries. Na fantastisch. Also es scheint zu funktionieren. Wenn ich den Server anlasse, müsste eigentlich das Fass voll sein mit Melo Berries. Wenn wir wieder online gehen. Und außerdem müsste der Void Ohr meiner ziemlich viel Zeug gefunden haben. Einfach weil er... Er wird halt immer laufen. So. Da können wir erst draufklicken. Holen uns die ganzen Sachen raus. So. Wunderbar. Und dann gucken wir mal, was da an dem Absorption Hopper drin ist. So viel Zeugs. Und da auch viel Zeugs. Cool. Vielleicht haben wir ja tatsächlich genug Materialien, um den Turm of Elka History zu bauen. Und dann können wir mehr oder weniger aus Redstone und Glowstone Gold herstellen. Das wäre eine coole Sache. Das wäre sehr schön. Ich glaube, wir brauchen... Doch, wir brauchen Gold für diese Structure Blocks. Okay, so einfach ist es dann tatsächlich nicht. Gut. Das kommt erstmal alles hier rein. So. Viel Platz. Wir haben ja auch viel Platz. Das ist jetzt 100% voll. Und das ist gerade mal 4%. Gut. Wunderbar. Wir hätten natürlich auch die größeren Storage Discs bauen können. Aber irgendwie... Keine Ahnung. Wir waren nicht danach. Ich mag das lieber, wenn man so ein großes... Wie ein Server Rack hat, wo ganz viele Storage Discs drin sind. Anstelle von diesen kleinen Server Racks, wo große Storage Discs drin sind. Irgendwie mag ich das lieber. Ich weiß auch nicht warum. So. Wir haben 46 Level. Toll. Supi. Das finde ich schön. Und jetzt wollen wir mal hier... Ach. Komm schon. So. Und jetzt wollen wir doch mal gucken, ob wir nicht vielleicht sogar ein Turm of Elka History bauen können. So. Tome of Elka History. Hui. Da fehlt aber viel. Also ein Molten Core fehlt. Ein Eye of the Storm. Wir haben kein Buch. Das sollte eigentlich kein Problem sein. Dann brauchen wir eine Slime Pearl. Nebulous Heart. Ach. Einen Wither Skeleton Skull brauchen wir da. Aber es fehlt eigentlich nicht so viel. Eye of the Storm muss halt ein... Ein geladener Creeper sein. Ein Molten Core ist von einem Blaze. Den werden wir nicht bekommen. Slime Pearl bekommen wir auch nur von einem Slime. Nebulous Heart habe ich leider schon umgeformt. Also ich bin der Meinung, da fehlt nicht mehr viel. Das darf man jetzt nicht überschätzen, bin ich der Meinung. Natürlich auch nicht unterschätzen. Aber ich glaube, wir haben relativ viel. Beisammen. So. Jetzt gucken wir mal. Oh. Von mir aus. Da. Copper. Jetzt gucken wir mal, wie viel Iron haben wir denn noch. 79. Gut. Dann kommt da auch noch ein Stack rein. So. So entscheiden wir jetzt einfach mal. Einfach mal gucken, wovon wir nicht mehr so viel haben. Und das lassen wir jetzt einfach mal umformen. Pulverized Lead. Oh. Der hat noch ein bisschen aufzuholen. Silver, Iron, Copper. Wie sieht es aus mit Gold? Neun. Naja. Immerhin können wir noch einen einzigen Block of Gold machen. Jetzt gucken wir hier nochmal. Structure Block. Ja. Ich glaube, die brauchen auch Gold. Ja. Und zwar zwei. Oh. Da brauchen wir ziemlich viel. Okay, gut. Was soll's. Das ist eigentlich nicht so dramatisch. Wir lassen jetzt einfach mal diesen Void-Ohr-Miner machen. Gucken vielleicht mal nach einem Item Conduit. Hm. Müssen wir uns mal überlegen, wie viele Ender-Ports haben wir. Dass wir hier vielleicht ein paar, ein paar, ähm, Item Conduits herstellen und vielleicht ein paar Sachen so automatisch importieren können. Das wäre vielleicht ganz schön. So, damit können wir schon mal einen Haufen Item Conduits herstellen. Darf man jetzt nicht unterschätzen. Wir brauchen ja nur die, nur die, ähm, Nuggets. Also wir können hier, äh, neunmal so viel rausbekommen, als wir eigentlich denken würden. Und wir gehen jetzt auf jeden Fall nochmal schlafen. Denn, äh, der, der Void-Ohr-Miner, der wird nicht aufhören zu arbeiten. Aber was aufhört zu arbeiten, ist unsere, äh, das ist unser Solar Panel. Und der kommt ja nicht hinterher. Das sehen wir hier. Wir sind hier definitiv im Minus. Und da muss ich etwas ändern. Glowstone sogar. Und ein Diamant. Appetite, Iron. Man, das ist cool. Wenn das wirklich in dem Tempo hier geht, da kommen ja unsere Maschinen, also die können ja die ganze Zeit arbeiten. Das ist großartig. Ja, das, das, das funktioniert wirklich gut. Ich bin immer errascht. Wenn wir das alles automatisch importieren, kann man natürlich auch, ähm, automatisch in den, in den, äh, Pulverizer importieren. Und die Sachen, die nicht in den Pulverizer sollen, kann man ja aussortieren. Aber ich denke mal, es wird so gut wie alles in den Pulverizer rein sollen. Es sei denn, äh, solche Sachen wie, wie Kohle zum Beispiel, die, ähm, könnten vielleicht im Redstone Furnace Unheil stiften. Da müsste man dann hier Item Conduits an diese Chest ran machen, die die Kohle raussaugen, bevor der Furnace damit interagieren kann. Da kann ich eigentlich nur hoffen, dass die Item Conduits, die das aus der Chest rausziehen, schneller sind, als der Furnace, der versucht, das aus der Chest rauszuziehen. Das sind Sachen, die muss man tatsächlich ausprobieren. Das weiß ich jetzt auch noch nicht. Aber, äh, das werden wir mit der Zeit alles herausbekommen. Das kommt, sobald unsere zweite Solarzelle, Zellenanlage fertig ist. Denn wenn die fertig ist, haben wir genug Strom. Und dann können wir anfangen zu experimentieren und unsere Maschinen besser zu machen und solche Sachen. Das, äh, kommt zu gegebener Zeit. Scheiße, Mann! Boah! Können wir damit viel herstellen? Fantastisch! Okay. Dann werden wir vorerst, wie gesagt, vorerst hier an die Chest rangehen und alles in unser, in unser System rein importieren. Das werden wir dann zu gegebener Zeit automatisch in den Pulverizer abzwacken. Dann geht das gar nicht erst ins System rein. Das muss ja nicht in den Computer reingehen, um dann wieder aus dem Computer rauszukommen. Das wäre ja albern. Und ich glaube, das wäre sogar, äh, komplexer. Das wäre komplexer, als wenn wir einfach sagen, okay, äh, Iron Ore macht hier eine Biege und geht gleich in den Pulverizer. Oder besser gesagt, macht keine Biege und geht in den Pulverizer wie alles andere auch. Aber von mir aus, ähm, diese Chart, die wir da gefunden haben, die geht logischerweise nicht in den Pulverizer. Äh, die hat da überhaupt nichts verloren. Und da wir hier ein eigen, ein, ein komplettes System bauen, wo alle Item Conduits eine Einheit bilden, können wir die hier miteinander verbinden und müssen den hinten nur auf Cyan umstellen und dann wird es in unseren Computer importiert werden. Das mache ich sehr gerne, dass alle Item Conduits zusammen eine Einheit bilden und es ein großes System gibt. Dann kann man immer sagen, egal wo meine Maschine steht, ich mache jetzt auf Cyan und dann kommt es in unser System. Das bedeutet natürlich, dass man für jede Maschine und für jede Aktion eine spezialisierte Farbe braucht, aber das bedeutet auch, dass man, äh, nicht aus Versehen zwei gestrennte Systeme miteinander verbindet und, äh, dann geht plötzlich gar nichts mehr, weil das in den falschen Outputs landet. Cyan, always active. Und da verschwindet alles, geht in unser Dingens rein und wir haben auf jeden Fall aktuell kein Diamond Ore und auch keine Lonster Light Chart. Und das werden wir uns gleich mal angucken, ob das angekommen ist. Und einen Glowstone hatten wir eben auch noch nicht. Also, gucken wir mal nach Diamond. Ähm, oh, ist hier drin. Der hat gerade, der importiert gerade die, die Iron Ingots aus dem Furnace. Da ist unser Diamond. Ähm, da ist die Lonster Light Chart und da ist auch das Glowstone. Gut, wird also alles importiert. Der Interface hat halt hier gerade noch ein bisschen Probleme mit dem Iron, was aus dem Furnace rauskommt. Aber das ist ja alles kein Problem. Es wird verarbeitet. Pulverized Gold hat bitte Priorität. So. Obwohl es jetzt, äh, in dem Sinne auch keinen Unterschied macht. Tectonic Petroleum wird langsam knapp. Er kann jetzt noch 13 Ores verarbeiten. 12 Ores. Da wollen wir dem jetzt tatsächlich wieder was wegnehmen. Und, äh, dafür sorgen, dass der nur so viel herstellt, wie er kann. So. Gut. So ist dann Ordnung. Dann kommt der Rest wieder da rein. Und wir sind jetzt erst einmal zufrieden. Was wir jetzt halt noch machen könnten, wäre, ähm, das, äh, das Barrel da hinten mit dem Computer verbinden. Dass der Computer sich mit Mellowberries füllt. Aber das finde ich fast überflüssig. Weil dann könnten wir auch gleich den Absorption Hopper damit füllen. Aber dann, gerade weil das hier kein Strom verbraucht, würden wir wahrscheinlich zu tausenden Mellowberries zurückkommen, wenn der Server weiterläuft. Und das wäre nicht gut. Deshalb will ich, dass man hier hingeht, wenn man Mellowberries will. Da haben wir sechs drin. Gebt ihr mal her. Gebt mal alle her. So. Und, äh, da können wir gleich eine von essen. Wunderbar. Und ich finde, damit ist eine relativ erfolgreiche Aufnahme abgeschlossen. Oh, Moment. Wir können eigentlich auch... Oder sollten wir hier... Ja, das muss ich mir noch überlegen. Ob wir den Mobgrinder automatisch ins System importieren lassen. Das weiß ich nicht so genau. Das könnte auch einen totalen Overkill geben. Genauso wie mit den... Wie mit dem, äh... Äh, mit den... Mit dem anderen Zeugs. Mit dem Mellowberries. Es könnte sein, dass das zu viel gibt. Da bin ich mir noch nicht sicher. Das werde ich mir noch überlegen. Aber ansonsten... Der hat nicht genug Strom. Deshalb funktioniert er nicht so schnell. Wenn er mehr Strom hätte... Also mehr Strom ziehen würde... Dann würde er wahrscheinlich auch noch schneller arbeiten. Denn er ist gerade nicht auf seinem... Auf seinem Maximum. Denn ich denke mal... Der zieht hier gerade so viel Strom, wie er kann über diese Energy Conduits. Nämlich 640 pro Tick. Aber dann hört es irgendwann auf. Und, äh... Mehr kann er halt nicht ziehen. Gut. Wir werden das hier kurz deaktivieren. Damit der keinen Strom mehr rausziehen kann. Und alle anderen Maschinen können ja erstmal laufen. Und unsere Solar Panel wird die Basic Capacitor Bank weiterhin auffüllen. Und wenn wir... Wieder zurückkommen, dann können wir das... Nee, das ist Quatsch. Wir lassen den Always Active. Und auch wenn 0 Redstone Flux pro Tick übrig ist, dann wird nur unser PC nicht angehen. Aber es wird trotzdem der Mining Drill laufen können. Und das ist eine gute Sache. Denn kann der sich munter mit Oars füllen. Ich meine, der wird dann natürlich noch langsamer laufen. Aber das macht nichts. Er hört ja deshalb nicht auf. Das ist eine von den Maschinen, die einfach langsamer wird, wenn sie kein... Wenn sie nicht genug Strom bekommt. Und die nicht einfach aufhört, weil sie nicht genug hat. Solche gab es ja auch. Aber das ist hier tatsächlich nicht so. Und das finde ich ganz angenehm. Dann werden wir uns beim nächsten Mal angucken, ob wir... Wie gesagt, ein zweites Solar Panel Array bauen können. Und wenn wir da genug Strom haben, dann müssen wir die ganzen Energy Conduits upgraden. Und dann können wir uns daran machen, diese ganzen Maschinen hier zu verbessern. Damit der Pulverizer immer mehr Tectonic Petroleum hat. Als er braucht. Und dann können wir die ganzen Oars auch schnell verarbeiten. Und dann wird hier nach und nach groß automatisiert. Also, der weiße Pest, die... Und er stellt sich neben seiner Patron-Unterstützer an. Niedel, Kallian, Gummibär und Woidkirchen. Vielen Dank für eure Unterstützung. Und sagt vielen Dank fürs Zusehen. Tschüss. Und bis zum nächsten Mal. Zusehen. Zusehen. Bis zum nächsten Mal.